Der kleine Mäuseprinz ist die erste Disney-Parodie, die eine Hommage auf das beliebte Meisterwerk Der kleine Prinz des französischen Literaten Anton de Saint-Experie bildet, dessen Erstveröffentlichung in Europa sich 2022 zum 75. Mal jährt. Das erst im November letzten Jahres angekündigte Label Egmont Bang Comics der Egmont Verlagsgesellschaften, welches seit März 2022 verschiedene Titel für die Zielgruppe im Alter zwischen 7 und 11 Jahren herausbringt, präsentiert mit Der kleine Mäuseprinz, einen ersten Band mit Disney-Bezug. Im Format von 17,8 x 24,8 cm füllt das Büchlein knapp 80 Seiten, von denen 11 Seiten einen illustrierten Prolog beinhalten, auf 50 Seiten die Comicgeschichte erzählt wird, sowie 7 Seiten zusätzliches Backstage-Material über die Künstler und den kreativen Prozess des Werkes. Das gebundene Buch kann mit einer schönen metallischen Oberfläche aufwarten und ist zum Preis von 16,99 Euro und damit 5 Euro teurer als auf dem italienischen Markt seit Oktober 2022 im Handel erhältlich. Etwa zeitgleich erfolgte eine Veröffentlichung in den italienischen Topolino-Heften 3940 und 3941. Der vorangestellte Prolog mit großartigen Aquarellen inszeniert einen fantastischen Flug zwischen Traum, Realität und Fantasie, der Genres und Generationen in der Neuinterpretation eines großen Klassikers der Literatur vereint. Der kleine Prinz schaut mit den Augen von heute und wird mit eben diesen von den heutigen LeserInnen betrachtet. Die Erzählung nimmt alle Junggebliebenen mit auf eine beeindruckende Entdeckungsreise, auf der wir neben dem abenteuerlustigen Piloten Goofy und seinem neuen Freund, dem verspielten kleinen Mäuseprinzen, auch Onkel Dagobert, Daisy Duck auf dem Planeten des Ich-Mag-Dich, Dolly Duck auf dem Planeten der Liebkosung treffen und auch Pluto und viele andere Entenhausener sind zu sehen. Sie alle begleiten uns auf einem Flug zu anderen Orten und anderen Zeiten, um schnappschussartige Momentaufnahmen von großer Aktualität zu rekonstruieren, die poetisch von Augusto Marchetto in der Sprache einer Graphic Novel erzählt werden. Meisterhaft gezeichnet von Giada Persinotto und mit großer Eleganz koloriert von Andrea Cargol. Augusto Marchetto ist Autor zahlreicher Disney-Geschichten und Übersetzer einiger Kinderbücher. Er wurde in Lagos geboren und wuchs in Permont auf, einem Ort der Fantasie und der Erinnerung. Zurückhaltend, beinahe wortkarg und mit einem verschleierten Lächeln gelingt es ihm in allem, was er schreibt, einen Hauch von Poesie zu hinterlassen. Im Jahr 1996 gab er sein Debüt in Sachen Disney-Comics. Viele seiner Geschichten wurden auf Deutsch im lustigen Taschenbuch abgedruckt und Zeugen von ausdauernder Hingabe für die Gefühlswelten der Entenhausener. Giada Persinotto ist mit Leib und Seele eine begnadete Zeichnerin für Disney-Comics, die in Rom geboren und 2001 die Disney Academy besuchte. Sie arbeitete viele Jahre an der Zeitschrift Witch und trug mit Energie und Enthusiasmus zu allen damit verbundenen Projekten bei. Im Jahr 2002 erschien ihre erste Comic-Story mit Gundel Gaukelei in der Hauptrolle. Ein Jahr später wirkte sie in der Saga um die Abenteuer des neuen Fantomias mit, die deutschsprachige Leser vor allem aus dem LTP-Premium kennen dürften. Heute ist sie vor allem für ihre humorvollen Donald Duck-Geschichten bekannt, denen sie am Zeichenbrett Leben einhaucht. Andrea Cargol ist Künstler, Colorist und zugleich Grafiker. Er wurde in Bozen geboren und lebt heute im Pustertal, umgeben von den hohen Gipfeln der Dolomiten und einem grenzenlosen Himmel. Seine poetische und verträumte Seele führte ihn 1996 an die Disney Academy, wo er einen Illustrationskurs besuchte. Zunächst als Illustrator spezialisierte er sich später auf die digitale Kolorierung und arbeitete mit den Redaktionen der Disney-Magazine zusammen, wobei er die Titelseiten verschiedenster Kiosktitel kolorierte, deren Cover teilweise auch in Deutschland verwendet wurden. Als Colorist wirkte er bereits an verschiedenen Graphic Novels mit. Im Jahr 2003 erhielt er auf der Disney Artists Convention den Preis der goldenen Mickey Mouse für die Zeichnungen in dem Band und Mondo di Amizia, eine Welt der Freundschaft. Die drei Künstler arbeiteten als Team bereits am Vorgängerband Paperdante, der ein großer Verlagserfolg war und es in dieser Form leider noch nicht nach Deutschland geschafft hat. Dante Alighieri's Reborn erschien als bebilderte Hommage an den obersten Dichter zu dessen 700. Todestag im vergangenen Jahr. Dieses Disney-Buch ist ein rein italienisches Werk auf 192 Seiten, die hauptsächlich von den Comic-Geschichten Mickey's Inferno in Deutschland bereits erschienen in Eine göttliche Entenkomödie sowie in der LTB-Sonderedition 2 2020, sowie Donald's Inferno aus dem Jahr 1987, die auf Deutsch noch unveröffentlicht ist, gefüllt werden. Möglicherweise erscheint der Band auch irgendwann auf dem deutschsprachigen Markt. Bei Der kleine Mäuseprinz blieb das Kreativteam unverändert und auch hier ist der kleine Protagonist ein Träumer, eine Art alter Ego von Saint-Experie. Es gibt Geschichten, die allein mit großen Schritten durch die Welt und in die Unsterblichkeit gehen. Jeder kennt sie und jeder liebt sie. Unter diesen Geschichten ist Der kleine Prinz vielleicht diejenige, die es am weitesten schafft, denn sie geht nicht nur, sie fliegt förmlich, beschreibt Veronika Di Licio, Leiterin der Abteilung Disney-Buchs beim verantwortlichen Verlag Giunti, die Erstellung von Der kleine Mäuseprinz. Der kleine Mäuseprinz ist ein gleichzeitig kunstvoll gestalteter, gehaltvoll poetischer und zugleich spannender und stellenweise urkomischer Band. Die Neuinterpretation der uns umgebenden Realität wird durch die aufrichtigen Augen von Kindern und der unverwechselbaren Magie, die Disney-Figuren zu vermitteln wissen, in Szene gesetzt. Das sind die zwei besonderen Merkmale und Erfolgsgeheimnisse des Werks, das ein neues Kapitel in der bereits breit gefächerten Sphäre der Disney-Comic-Parodien darstellt. Während des in der Gegenwart angesiedelten Prologs begleiten wir einen kleinen neugierigen Jungen und dessen Mutter auf dem Weg durch die Stadt, der schließlich bei Goofies Karussell endet. Wir sehen ein Kind, das seinen Eltern Geschichten erzählt, nicht andersherum. Geschichten, die von selbst laufen, als ob der Raum des Geistes nicht ausreichen würde, um sie zu fassen. Es gibt trotz der behutsamen Abweichung vom literarischen Originaltext einige Details zu entdecken, die sowohl junge als auch ältere Leser wiedererkennen werden. Unterwegs begegnen wir Onkel Dagobert, der einem Geldstück nachjagt und sich nach dem Fund wie ein kleines Kind freut. Aber auch dem großzügigen Bäckermeister Franz Gans, sowie dem schlendernden Pärchen Daisy und Donald Duck. Ob es sich wirklich um die echten Entenhausener handelt oder nur um Passanten, die von der Fantasie des kleinen Protagonisten verklärt werden, wissen wir nicht. Und das ist auch nicht so wichtig. Abgesehen vom titelgebenden kleinen Mäuseprinzen, der von einem jungen, frischen und quirligen Mickey Mouse verkörpert wird, spielt Goofy eine zentrale Rolle. Diese Schwerpunktsetzung darf man durchaus als eine Art Geschenk an Goofy verstehen, der seit nunmehr 90 Jahren die Welt der Mickey Mouse Comics bereichert und die Geschichten, in denen er mitspielt, leichter und unbeschwerter macht. Als verträumter Karussellbetreiber und schließlich als tollkühner Pilot wird Goofy sowohl erzählerisch als auch ikonografisch perfekt in Szene gesetzt. Plappert er hier ungestüm los, wirkt er im anderen Moment still und zurückhaltend, hört den Worten des Mäuseprinzen bedächtig zu und verliert sich nicht nur in dessen Gedankenspielen, sondern baut aus einem kaputten Kugellager mitten in der Wüste auch mal eine sandige Murmelbahn. Goofy ist die Figur, die immer die Unbekümmertheit der Jugend verkörpert hat, die auch im Erwachsenenalter fast schon eifersüchtig aufeinander gehütet wird und die ihn in den Augen der Welt ein klein wenig als Freak erscheinen lässt. Er und der kleine Geschichtenerzähler sind zwei Seiten derselben Medaille, zwei alter Egos von Anton de Saint-Écperry. Der sechsjährige Anton, der seine erste Zeichnung anfertigt und der Erwachsene, der immer wieder hofft, jemanden zu treffen, der in dieser Zeichnung keinen Hut zieht. Nach einer besonderen Fahrt auf dem Karussell rennt der Junge zum Spielen in den Sandkasten und entdeckt hier mit einigen anderen Kindern einen roten Doppeldecker am hellblauen Himmel. Ab hier verwandelt sich die illustrierte Geschichte in einen wunderbaren, fließenden und die Gedankenwelt durch dringenden Übergang in einen Comic mit Sprechblasen. Als Leser bemerkt man den Wechsel der literarischen Form gar nicht sofort und stellt erst nach ein paar Seiten später fest, dass die Panels ja gar keinen Rand haben und wie Wolken gleich ineinander, übereinander und miteinander harmonieren. Ein Flugzeug gleitet über den Park und der kleine Geschichtenerzähler weiß ganz genau, wohin es fliegt. Das Kind verwandelt sich in einen Erzähler und bringt uns in die Wüste, wo der Pilot Goofy abgestürzt ist. Hier machen wir Bekanntschaft mit dem kleinen Mäuseprinzen, der wie eine Fata Morgana aus dem Nichts auftaucht und zu erklären versucht, dass er von sehr, sehr weit weg käme. So beginnt eine neue Reise für den unerschrockenen Flieger, der vom dynamischen Mäuseprinzen an andere Orte und in andere Tage gebracht wird, immer getragen vom Fluss der Zeit und in den Verwehungen der sich zerstreuenden Sandkörner. Eine Entdeckungsreise in kleine Welten, die von bekannten Figuren bewohnt werden, die dank den versteckten und interpretationsbedürftigen Ratschlägen des kleinen Mäuseprinzen die kleinen Freuden des Lebens wiederentdecken lernen. So gelangen die beiden Freunde zunächst auf den Planeten der Zärtlichkeit, wo die junge Dolly Duck sich vollständig der digitalen Welt auf ihrem Smartphone hingibt und dabei beinahe vergessen hat, was menschliche Zuneigung bedeutet. Der kleine Mäuseprinz streichelt sie sanft und schafft es damit, Dolly wieder für die Schönheit der menschlichen Nähe füreinander zu sensibilisieren und ihr die Augen zu öffnen. Es folgt ein Abstecher bei Onkel Dagobert, der auf einem kleinen Planeten lebt und unentwegt Geld zählt, um aus der Sicht des Mäuseprinzen zu beweisen, wie viel mehr Spaß es macht, Geld scheinen einem leichteren Wert zu geben, denn was nicht zählt, zählt nicht, sagt Onkel Dagobert. Auf dem Planeten von Daisy Duck hat diese panische Angst vor herunterzeigenden Daumen, da sie nur Augen für ihre Gefällt-mirs hat und daher völlig gedankenverloren im Stress ist. Der kleine Mäuseprinz lässt durch die Betätigung eines roten Knopfes alle Gefällt-mir-Daumen in die Luft fliegen, die ein fulminantes, farbenfrohes Feuerwerk erschaffen. Es sind somit nicht nur Goofy und Mickey Mouse wichtige Charaktere der herrlichen 50-seitigen Comic-Parodie, die sich durch einen innovativen Stil auszeichnet, der von Aquarellfarben und ästhetischen Zeichnungen geprägt ist und gleichzeitig modern und einnehmend wirkt. Mit ihnen treffen wir viele andere Figuren der Disney-Ensembles, die am Ende erkennen, dass wir in die Welt kommen, um in Beziehungen zu anderen zu leben, um die Schönheit von Begegnungen zu genießen, Hände zu schütteln und Lächeln und Umarmungen zu verteilen. Ein Konzept, das in unserer heutigen Zeit aktueller denn je ist. Überhaupt ist die Zeit oder vielmehr ihre physische Darstellung, die Sanduhr, das bedeutungsvolle Schlüsselelement der Geschichte. Eine Parodie, die den Literaturklassiker auch zeitlich umschreibt, ihn in die Gegenwart holt und ohne ihn zu verfälschen den jungen LeserInnen einen wunderbaren Schlüssel zur modernen Zeit bietet. Wir wollten Der kleine Prinz neu lesen, die gleiche Luft atmen wie er, erläuterte Augusto Marchetto, der sich der Bearbeitung des literarischen Stoffes annahm und im Interview einige Fragen dazu beantwortete. Erst Dante, jetzt Antoine de Saint-El-Péry. Parodien, die seit jeher zu den Markenzeichen von Mickey Mouse gehören, wagen sich auf immer anspruchsvolleres Terrain und bieten auch die Möglichkeit, sich mit originären Inhalten auseinanderzusetzen. Zunehmend wird versucht, neben der Unterhaltung auch einen Zugang zum Lesen zu bieten. Woran arbeiten sie am meisten, um den Unterhaltungsaspekt mit dem literarischen Aspekt zu verbinden? Beides muss Hand in Hand gehen. Wenn man für Disney schreibt, muss man sich vorstellen, dass man ein riesiges Publikum vor sich hat. Die Kleinen natürlich, aber auch Teenager, Erwachsene. Es wäre natürlich schneller zu sagen, alle. Aber dann läuft man Gefahr, das Ziel aus den Augen zu verlieren. In diesem Alle gibt es wirklich so viele Gesichter, so viele möglicherweise gegensätzliche Geschmäcker, so viele unterschiedliche Lesefähigkeiten. Wir versuchen immer, uns diesem vielseitigen Publikum anzunähern, in dem wir allen Grund zur Freude und Zufriedenheit geben. Und das gelingt uns nur, wenn wir all diese Gesichter nicht aus den Augen verlieren. Kann man sagen, dass jede Figur im Rahmen einer Parodie eine echte Rolle als Schauspieler spielt? Oder muss jede Figur, die in der Vorstellung des Lesers so stark konnotiert ist, entsprechend ihrer eigenen Eigenschaften an die Rolle angepasst werden, die sie spielt? Bei Disney-Figuren muss man vorsichtig sein, denn sie haben einen ganz eigenen Charakter, der durch jahrzehntelange Geschichten in Filmen, Büchern und Comics geprägt ist. Auch wenn es uns nicht bewusst ist, wissen wir genau, wer Donald Duck ist. Wir wissen, wie er sich in einer bestimmten Situation verhalten wird. Die Rollen müssen also sorgfältig ausgewählt werden. Im Falle des kleinen Prinzen, in dem eine Figur im Vordergrund steht, die in jedermanns Vorstellung lebt, hat sich Mickey Mouse sofort durchgesetzt. Es gab sozusagen kein Casting für seine Rolle. Mickey ist ein flexibler Darsteller und kann ernste Dinge mit einem Lächeln sagen. Er tut dies aus seiner eigenen aufgeschobenen Sichtweise heraus. Er verlässt mühelos seine bevorzugten Aktionsfelder, zum Beispiel kriminalistische Ermittlungen, um nur eines zu nennen, und ist zur Poesie zu großem Leichtsinn fähig. Im Laufe der Jahre sind sie von einer Handlung, die sehr eng mit dem Haupttext verknüpft ist, siehe Mickeys Inferno, zum Mäuseprinzen übergegangen, wo die Handlung fast auf den Kopf gestellt wird. Was ist der Grund für diese Entscheidung? Ich würde nicht von einer Verdrehung sprechen, aber sich mit einem Werk zu messen, das die Literatur so stark geprägt hat, erfordert einerseits Demut und andererseits Mut. Bescheidenheit bei der Annäherung an ein universelles Buch, das auch diejenigen kennen, die es nicht gelesen haben. Aber es wäre natürlich aussichtslos gewesen, die Arbeit zurückzuverfolgen, indem man sich ein wenig vom ursprünglichen Entwurf entfernt. Also Mut. Wir wollten es noch einmal lesen, in der gleichen Luft atmen, in der gleichen Atmosphäre reisen und einige aktuelle Themen einbringen. Mickey Mouse Parodien sind eine italienische Besonderheit, bei der wichtige Comicstandards auf den Prüfstand gestellt werden. Ist es möglich, große Parodien mit einer didaktischen Absicht zu verbinden? Disneys Inszenierung ist in erster Linie kaum didaktisch. Es sei denn, sie ist es ganz offen. Sie wollen nichts auf traditionelle Art und Weise unterrichten. Sie gehen nicht zum Lehrerpult, um es klar zu sagen. Es wird erzählt, und zwar auf einer partizipatorische Art und Weise, bei der wir, die wir die Geschichten machen, von Anfang an voll beteiligt sind. Ohne dieses Engagement, diese Zuneigung, wird die Disney-Geschichte nicht geboren. Von Geschichten, die mit Liebe geschrieben sind, kann jeder etwas Schönes bekommen, das er behalten kann. Und darüber freuen wir uns sehr. Bei der Lektüre der neuesten Geschichtenparodien ist eine Art Registerwechsel festzustellen. Von einer eher humoristischen Interpretation der Geschichten ist man zu einer stärkeren Charakterisierung der Handlungen und Figuren übergegangen. Liegt das daran, dass sich auch die Art und Weise, wie die Geschichten von jüngeren Lesern rezipiert werden, verändert hat? Disney-Parodien haben unterschiedliche Ziele und Absichten. Einige werden mit dem erklärten Ziel geboren, die Menschen zum Lachen zu bringen. Andere bieten einen anderen Blickwinkel auf die Geschichte, der sie entstammen. Von Zeit zu Zeit wählt man, wohin man geht, kurz gesagt. Sicherlich sind heute auch die jüngsten Leser in der Lage, sich an viel komplexeren Handlungen zu erfreuen als in der Vergangenheit, und das spiegelt sich in unserer Arbeit wieder. Der kleine Mäuseprinz gefiel mir als redaktionelles Projekt, das sich zwar auf die Tradition der Disney-Parodien bezieht, sich aber vollkommen neu erfindet, ausgesprochen gut. Die hybride Erzählform zwischen Proserzählung und Comic ist so ungewöhnlich wie effektiv. Machetto bearbeitete Saint-Eperis' Meisterwerk in einer modernen Tonart, ohne seinen Geist und seine Intention zu verraten, und unterstreicht in feinen Nuancen dabei sogar seine persönliche Lesart beim Geschichtenschreiben für jung und alt. Der fesselnde grafische Stil, die wunderbaren Zeichnungen von Giada Perissinotto, die von den Aquarelltönen von Andrea Cargol begleitet werden, harmonieren in einer eindrücklichen Atmosphäre mit dem traumhaften Stil der Erzählung. Das starre Raster der klassischen Epik entfällt und macht Platz für viel freiere Illustrationen, in denen die ohne scharfe Konturen auskommenden Panels auf dem Blatt liegen, als würden sie vom zeitlichen Fluss, der die Reise unserer Helden begleitet, getrieben. Mein persönliches Highlight ist immer wieder der umtriebige gelbe Schal des Mäuseprinzen, der immer in Bewegung ist und sich wie ein gelber Faden durch die Handlung zieht. Die Bonusseiten sind unglücklicherweise etwas klein und mickrig geraten, sodass es für die Bilder meiner Meinung nach nicht genug Platz gibt und ergänzende Texte fast nicht vorhanden sind. Das ist wirklich schade, denn allein die verwendeten Farbpaletten empfand ich durchaus als interessant und ich hätte gern mehr vom Making-of erfahren. Woran das dreiköpfige Gestirn als nächstes arbeitet, das ist ein Geheimnis. Aber die Leser sollten sich überraschen lassen. Hoffentlich werden wir bald wieder mitgenommen und woanders hingehen, in ein neues Abenteuer, auf eine neue Reise.